26.03.2023, der FIVO ist in Zülpig beim Knutnicklauf. Leda Zimmermann, Paula Müller, Klara Hürtgen. Dieses Jahr ist das Tor eingerüstet. Letztes Jahr war Start und Ziel alles da unten außerhalb der Stadt. Da gab es auch nur den Fünfer und Zehner, coronabedingt. Ein halbes Jahr später wurden dann die Schülerläufe nachgeholt. Jetzt wieder an angestammter Stelle auf dem Markt in der Stadt. Jetzt wieder an angestammter Stelle. Die Bürger sind in der Stadt. Oh, gut da. Geh mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.